Heute ist Sonntag, der 24. März 2024 und damit herzlich willkommen zum Weltrekordversuch jeden Tag ein Ü-Ei. 366 Tage wollen wir jeden Tag ein Überraschungsei eröffnen und heute habe ich für euch am Sonntag ein Ü-Ei für Mädchen, nämlich Mein Lieblingsmensch. Auch wieder eine Spruchedition. Gestern hatten wir eine ganz, ganz tolle Dinosaurierfigur im Ei. Heute gibt es eh einen kleinen Rekord hier auf dem Kanal, denn nach dieser Sendung folgt das Oster-Ü-Ei des Tages, also unser Osterkalender und dann noch das große Sonntagsvideo. Also dreimal sehen wir uns heute hier oder hören uns. Und ich öffne jetzt mit euch das neue Ü-Ei für Mädchen, Mein Lieblingsmensch. Musik 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 Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Schaut gerne gleich den Osterkalender und wir sehen uns dann beim großen Ü-Ei-Video am Sonntag. Alles Liebe, euer Stefan von Unser Sammler-Team. Macht's gut, ihr Lieben! Musik Musik